Hey, ich bin's. Pass auf. Es ist jetzt mal so ein Testvideo. Ich habe meine Webcam ein bisschen was anders eingestellt. Sie funktioniert jetzt allem Anschein nach deutlich besser als vorher. Ich habe Probleme mit dem Licht. Mein Licht, das ich jetzt da oben habe, ist am Arsch. Ich habe keine Ahnung warum. Die Halterung ist irgendwie ein bisschen was kaputt. Ich gucke jetzt später mal danach. Und ich will jetzt einfach noch mal ein bisschen was spielen, um zu gucken, wie die Soundqualität ist. Also bitte nicht beschweren oder wundern oder so, falls irgendwas ist. Der Sound wird nicht der beste sein, okay? Also schätze ich einfach mal. Weil es ist halt nur, also nur in Anführungszeichen, die Qualität von der Mikro der Webcam. Und ist halt nicht die qualitativ hochwertigste. Na dann. Und da. Da. um Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020